ja leute was geht und willkommen zu diesem video ja wieder pokémon go dies ist das zweite tag wo wir in am bodensee unterwegs sind und ich mache hier noch mal dasselbe ich habe jetzt im bodensee wieder nicht wirklich gesprochen also gesprochen ich habe bei der aufnahme nicht wirklich kommentiert deshalb werde ich jetzt auch noch mal musik anblenden es kam ja im letzten part doch so ein sehr gut eigenes an das maß jetzt in diesen hier noch mal und im nächsten part also dass der part 27 so viel ich weiß ich habe noch mal ganz kurz das stimmt weil ich mich jetzt nämlich das ist der part der part 27 von der letzte das ist der part 28 jetzt hier das heißt also dieser part den jetzt gerade zaut ist part 28 und im part 29 ab und part 29 werde ich dann wieder ein grubes hell rumlaufen mit felschämen und allem wie ihr das gewohnt seid von den letzten drei parten davor ja damit würde ich sagen die leute ja du bist einfach mal wieder meine klappe schließen und musik ab viel spaß zu sehen so 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 so